weil er bis gleich anfängt die merken schon dass die fps runter gehen die kamen in neue stadt hier neben uns ist ja hier laufen wir da boah alter gleich also das ist ein airfield war super fps würde ich sagen das hier ist wieder ooooh ooooh leut tot was ist was ist passiert wo ist er denn? ich sehe ihn gar nicht da geht bloß nicht diese schräge runter welche schräge runter nehm den scheiß nehm den scheiß gartengleisen oh das ist echt schief hier ja und ich dachte mir halt ja geht da halt langsam runter und der so mäh ploppt da liegt er oh warte das muss ich im stream sehen warte das muss ich sehen ich dachte mir schon oh das aber schnell du hihihi da ist ganz schön schnell wie ich auf einmal da runter gedüst habe hihihi 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 Ich bin gut gespawnt, bin gleich da. Du bist in der letzten Pupskante, nur zwei Meter weiter kannst du ganz normal runter. Dachte ich mir ja da auch, ich heize einfach, ich dreh einfach mal ab. Das ist mir auch noch nie passiert. Ja, ich bin gleich da, wie gesagt. Ich bin eigentlich hier direkt mal in meinen Start gespawnt. Nur ein bisschen weiter weg.